Was haben wir da? Was haben wir hier? Okay, der ist einfach, glaube ich. Was wir den großen Blatt machen. So, wir müssen die kleinen Bubu auf mir, das ist jetzt kein Problem, glaube ich. Haben wir hier, was haben wir denn hier? Made a light heal and enlighten you. Ach stimmt, wenn ihr jetzt getroffen werdet, dann habe ich gewonnen. Stimmt, so war es doch. Ich werde jetzt, ob es beim Boss funktioniert. Ich hoffe es. Monstro, okay. Monstro ist cool. Schön, dass wir den Tiers abbekommen haben vorher. Uh. Oh. Unsere Fliege macht hoffentlich auch ein bisschen Damage. Woah, close. Close, close, bitch. Oh. Hallo, Monstro. Ne, komm. Ich hasse Monstro... Aua. Ich hasse zum Beispiel Monstro's Lunger als Item. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, das habe ich in einem Honeyball-Video mal geschrieben. Ich hasse Monstro's Lunger als Item. Das ist... Ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht warum. Aber ich komme mit vielen Dingen in dem Spiel nicht klar. Damage ab! Sieht gut... Uh. Nehme ich beides, würde ich sagen, oder? Find still the end. Spectral body. Kann man den nicht sprengen? Ich sag, man kann den sprengen. Kann man nicht. Ich habe noch ein Leben und zwei. Das Risky von uns auf jeden Fall. Also das ist... Also eigentlich ja von mir. Von dir ja nicht so. Äh... Nehme ich natürlich beides mit. So, was haben wir hier noch? Geil. Guck mal, Alter. Guck mal, Alter. Drei Viecher, die schießen. Plus unsere Fliege... Uh. Das könnte lustig werden. Go, go, go. Bitte lass uns ein bisschen HP-Items finden. Das wäre jetzt sehr schön. Wir haben eine Menge Viecher, aber das heißt nicht... Ah. Geil. Oh. Lo, 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 lo. Oh, fuck. Aua. Mach doch mal was, Jungs. Aua. Also wirklich begeistert bin ich von denen ja noch nicht. Hä, wer hat mich jetzt noch getroffen? Natürlich kann ich mich da nicht hin. Aaaaah. Ein Herz ist jetzt nicht unbedingt so viel nicht. Äh, so viel meine ich. Boah, Alter, stirb. Okay, super. La, 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 la. Also ich mag die ja schon, die Spectral Buddies und so, aber... Ein bisschen zielgenauer könnten die schon sein. Speed down. Na ja, gut. Es ist jetzt nichts, was mich interessieren sollte. Ich probier mal nichts. Ich probier mal das anderes. Okay. Ja, war jetzt vielleicht bissl... Oh. Bam, bam. Okay. Au. Ich hasse dich. Okay, go, 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 go. Kennen wir mittlerweile, da kommen die roten Buddies danach. Aaaaalso. Immer schön drauf. Okay, wo ist denn... Uuuuh. Ja, super. Der Damage ist so geil. Oh. Oh. Oh, wir überleben das nicht. Das ist ja behindert. Scheiße. Überleben das nicht. Ach so. Okay. Kommt die jetzt nochmal rein? Okay. Na gut. Da haben wir letzte Runde einfach übersprungen. Auch nicht schlecht. Aber der Damage Power einfach fluckt durch. Dankeschön, Spiel. Au. Hat's euch niemandem gesagt, dass das weh tut? Oh. Nein. Ach komm schon. Ich komm einfach nicht darauf klar mit diesem Vieh. Ich weiß nicht. Ist Binding of Isaacs vielleicht nichts für mich? Bin ich zu aggressiv? Sagt es mir. Bin ich zu aggressiv? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aggressiver Spieler. Weil ich Minecraft schon so aufbaue Spiele spiele, bin ich voll der aggressive Spieler. Oder bei der Forest. Aber. 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 Oder bei der Forest mich im Haus verstecke, wenn so ein Vieh kommt. Das kündigt einfach halt die Fresse. Von aggressiven Spielern. Ja. Ich war intelligent, das im Raum mit vielen Viechern zu machen. Weil. Dann kriegt man wieder von diesem Bupo auf. Und kriegt daraus eine Menge Zeug. Das ist gar nicht so dumm eigentlich. Oh. Hätte ich vielleicht. Oh. Hätte ich vielleicht hier machen sollen. Na gut. Okay. Habe schon ein schlimmeres erlebt. Zum Beispiel. Uh. Tiers ab. Ich fände es so schön, wenn wir einfach mal einen Range abbekommen würden. Dann würde ich glaube ich ein bisschen besser abschneiden hier. Äh. Achso. Bei normales Beining auf Eis kriege ich ja auch hin. Ohne Probleme. Da rasch ich ja auch alle fünf Räume durch. Also im Normal-Mode. Warum kriege ich es also hier nicht hin? Muss an den Tiers liegen. Und ich bin einfach zu schlecht. Larry. Junior. Larry. Junior. Na gut. Stirrrrrr. Stirrrr. Ok. Er ist tot. Schön, dass der Kaka hoffen hinterlässt. Es gefällt mir. Weiß aber nicht, ob die uns was bringen, oder ob unsere eigene uns was bringen. Au, aber musste das jetzt sein? Komm schon, dein Ernst? Ich habe mich so gut geschlagen. Den Fehler hättest du mir verzeihen können. Ich weiß aber auch schnell jetzt. Sehr schön, okay. Haben wir hier noch was? Nö, auch nicht. Was haben wir hier? Lack ab. Ja gut, das gefällt mir auch. Äh, kriegen wir noch zwei Schlüssel dazu. Das gefällt mir auch. Gucken wir mal hier lang. Wir haben noch nicht alle Räume abgesucht. Gucken wir mal dahinter. Was haben wir da hinten? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Was haben wir hier so? So ein halbes Herzchen. Uh, das war jetzt nicht geplant. Ich hasse dich. Habe ich dir schon mal gesagt? Ich hasse dich. 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 Deine komische Wormboot hier. Kannst du dir den Arsch geben? Ja. Schieb dir die Wormboot in den Arsch. Oh, das fing ja schnell. Alte Multiplizierer und der da. Ich weiß aber noch nicht, wie das funktioniert mit dem Tour of Clubs. Ähm. Können wir gleich gleich mal testen? Jetzt so? Wow. Hat funktioniert. Ist so dufte. Ich kann einfach nicht ausdrücken, wie dufte. Jaja, komm her. Die Bubis sind so sinnlos eigentlich. Jetzt kriege ich überall Herzen hier zugeschmissen. Wie sinnlos eigentlich. 15 Bomben. Erzähl es mal deiner Mutti. Oh. Damage Job. Goll. Okay. Habe ich jetzt ein Herz verloren? Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum ich da habe. Ich habe das Herz verloren. Aber egal. Wir haben genug. Ist jetzt nicht so, als würde es mir ein Herz mangeln. Wo bin ich hier nochmal? Schade. Probieren wir es hier nochmal. Schade. Was haben wir da unten? Ah, da kommen wir jetzt rein. Stimmt. Genau, da waren wir vorher nicht drin. 11. Cricker Charge. Ach, Charge ist glaube ich. Das Item. Bin mir sicher. Keine Ahnung. Ah, flupp. Und. Dann können wir uns verduften. Verpieseln. Was auch immer. Okay. Basement 2. Ich hasse euch. Ach, komm. Ich mag die Spinnen überhaupt nicht. So. Ich mag so viele sind im Spiel nicht. Ist alles so traurig. Äh, 12 Bomben. Keine Ahnung. Oh. Hat sich gelohnt. Ähm. Von wo aus spreng ich da am besten? Ich glaube hier ist das Beste. Weil da habe ich vielleicht noch eine Geheimtür gefunden. Aber nein, da ist nichts. Okay. Auch nicht schlimm. Wir haben noch 10 Bomben. Wir haben noch. Also wir können und da ist es nicht so. Ja, toll. Möglichkeit hier vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ah. Interessant. Das gefällt mir. Okay. Geht wieder gut los. Ich hoffe, das bleibt diesmal auch gut. Und wird nicht so schlecht wie letztes Mal. Okay. Kurze Panikattacke. Kurze Panikattacke. Was haben wir hier so? Schauen wir da. Oh. Nicht schon wieder. Ach, komm schon. Der Damage-Up ist geil. So bist du bei den kleinen Spinnen. Oh, was bekomme ich? Oh, was bist du denn? Poison Shots. Nee, da gefällt mir das besser. It feels lucky. Autsch. Ähm. Lalalalalala. Was haben wir hier? Okay. Oh. Einer weg. Höh. Close. Noch einer weg. Noch einer weg. Und. Los, komm her. Ja. Hierher. Diese Gegend, wo ich bin. Hallo, Junge. So. Hihi. Das lasse ich mir nicht entgehen. Was haben wir? Oh. Okay. Eine weg. Eine weg. Eine weg. Ich werde besser auf jeden Fall, was das deutsche von solchen Viechern angeht. Das gefällt mir schon mal. Die Death. Okay, das kenne ich mittlerweile schon. Das ist geil. Mittlerweile kennen wir einige Items. Deswegen kann ich damit doch besser umgehen. Die Death killt einfach alles, was da ist. Aber bei dem, warum brauche ich das nicht? Die Death funktioniert. Hä? Ach, der hat gespuckt wahrscheinlich. Die Death funktioniert aber höchstwahrscheinlich nicht. Funktioniert aber höchstwahrscheinlich nicht beim Boss. Kann ich mir vorstellen. Das würde Sinn ergeben. Weil, wenn es beim Boss funktionieren würde, wäre das ziemlich krass. Ich könnte es probieren. Ich sage mal so, wenn ich jetzt, wir haben die Pupu, die funktioniert auf jeden Fall nicht beim Boss. Mal gucken, was wir jetzt hier finden. Mal schauen. Aha. Interessant. Na gut. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir zum Boss. Vielleicht wirkt es ja, ich weiß es nicht. Ah, gut, bei Monster brauche ich es eh nicht einsetzen. Das ist egal. Monster brauche ich nicht einsetzen. Ja, ja, Blurg. Blurg, ich bin Monstro. Ich kann Blurg. Boah, der Damage gefällt mir. Komm schon. Oh. Der Damage. Oh, wie mir der Damage gefällt. Oh, das war klar. Komm schon, ich will dich killen ohne zu... Ja, 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 ja. Der will dir kommen. Der will dir. Jawoll, bitch. Speed up. Der will dir, okay. Was wir die Dinger ausmachen, sonst renne ich da noch rein. Soul Hard. Und, was bist du? Anton is live. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was es macht. Ich glaube, es gibt mir eventuell noch ein Leben, wenn ich Glück habe. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Okay, gehen wir mal in die nächste Stage. Wo sind wir jetzt? Ah, wieder Stage 3. Das gefällt mir. Und wir haben echt gute Chancen gerade, habe ich so das Gefühl. Komm schon, komm schon. Okay, das ist geil. Warte mal. Range down ist richtig scheiße, aber okay. Tears up. Uh. Okay. Wir nehmen das da. Machen damit... Äh... I... Achso, fail. Eins. Ich lasse mal bei 3. Nehme wieder das da und dann nehmen wir Goathead mit. Und Goathead macht was? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm... Goat... Goathead, 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 Goathead. Gibt es die einzige Devil-Or-Angel-Room? Goathead, Goathead, Goathead. I have already beaten the boss and it didn't show up orgin. Ah, okay. Goathead gibt uns jede... Jede Stage mindestens ein Devil-Or-E-Room. Uuffuffuffuffff. Nice, bitch. Äh, ich nehme das andere Item nicht mit aus dem einfachen Grund. Oh, das will ich jetzt ja alles finden hier. Range down, Range down. nicht vergessen wir haben Rangetown ok am Rangetown konzentrier dich Junge ist immer schwer beim Labern zu konzentrieren konzentrier dich ok komm schon das nenne ich Konzentration einfach mal voll in die Gegner rein es war so klar dass die jetzt kommen wollen wir nicht da rein ich weiß es nicht ok stirb 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 komm schon einer wenigstens ok einlass tot sehr schön und jetzt am letzten ok das sind die das war klar guck mal wenn ich zu einer von den sterben ok sehr schön 2 ich hab ein hübsches Damage aber ich muss nur treffen jetzt komm super ok das war nicht schlecht da war die auch besiegt schön alter wir haben 6 Herzen noch das war jetzt irgendwie klar ok einmal haben sie uns getroffen hier kommen wir nicht ran ohne Fliegen wir könnten nicht rein sprengen aber auch momentan bringt es mir nichts ok sehr schön ok 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 jetzt nicht für die Viecher treffen lassen das wäre uncool das wäre jetzt so ein bisschen so die Ironie mal schnell hier durchrushen was haben wir hier so Gold 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 na bisher brauchen wir gar nicht was haben wir hier noch so ok das war ziemlich klaus ich weiß nicht warum ich da so noch angegangen bin oh sehr geil und eine Bombe äh was haben wir hier so äh heute nicht die haben ja vorhin zu viel Leben gekostet dass ich das jetzt ausprobieren will äh Spawn ist bestimmt irgendwas übel geiles so und du denkst dir so äh Fail oh das ist eine Bombe die haben wir sogar das hat sich drüber gespawnt wahrscheinlich ähm hallo so ah interessant ich will da nicht ran ohne dass die Feuerhause sind das ist mir zu risky da kenne ich mich zu gut da renne ich wahrscheinlich gegen deswegen so so oh zwei Bomben gefällt mir haben wir elf und jetzt müssen wir nur noch hier mal rein und was haben wir hier Habit was ist denn Habit 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 wenn du take damage das item recharges one rooms worth of charge to your space item ähm Ich hab's nicht ganz verstanden mein englisch ist wirklich nicht das beste Flupflup Flupflup Bombs Okay da verstehe ich immer noch nicht ganz was das sein soll aber gut Kann man machen Okay Was der Bombe liegt also klar da liegt der Bombe noch die kann man da kommen wir nicht ran momentan was haben wir denn hier äh 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 schade ich hätte gesagt er sprengt das vielleicht noch was weg aber hat er nicht Oh echt jetzt Gürklinge hier Behindert ist das denn bitte Ach und die können auch schießen dieses ah natürlich Ich Die weiten die aus Ich hasse Gürklinge Okay Was haben wir hier Oh Okay Lol Ich hab mich das bitte nicht getroffen Wir haben keine Bomben mehr Ach Bombs Arcade ja klar ich weiß was das macht Bombs das tut alle Bomben zu Schlüsseln verwandeln Oh Wie bin ich jetzt Wieso bin ich jetzt wieso Wieso habe ich jetzt und warum bin ich da jetzt reingerannt Wo Alter hab ich das gedeutscht Ich weiß es nicht Kurze range ist bei sowas echt behindert Bei Viechern die auf kurze range reagieren Okay das war klar das war jetzt Sowas von klar dass das passiert Wir müssen uns soweit auf Chappie konzentrieren dann passiert das alles Äh dann klappt das alles Ich will mega damage haben und hier Den einfach wegdonnern Äh stirb Stirb Ranger Endlich Ist mir echt zu risky Deswegen mache ich es nicht Habe ich alle Räume gecleared hier? Ne habe ich nicht Okay wir gehen mal weiter Mal schauen was wir finden Vielleicht findet man noch ein HP ab Dann würde ich es machen Wenn man noch ein HP abfinden würde Dann würde ich mir ein Herz wieder Also erstmal drei behalten Okay was haben wir hier noch Was haben wir hier noch Ja super nichts interessantes Nichts interessantes Na gut Hier haben wir noch den Schlüssel an den man nicht rankommt Wir haben 13 Schlüssel also wie sinnlos Und keine Bomben mehr das kotzt mich ein bisschen an als wir keine Bomben haben Naja das ist dann auch cool aber Bomben wären schon nicht schlecht So mal hier noch nichts interessantes Okay Mit so brauchen habe ich jetzt nicht gerechnet Ist naja egal Oh Alter wenn ich da alles noch Schaden bekommen hätte Ne 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 Das nehme ich nicht mit Den kannst du vergessen Ähm das macht uns dass der Ball so behindert fliegt Das kann zwar an manchen Stellen ganz praktisch sein Um die Ecke zu schießen oder so Aber ne lieber nicht Ich weiß gerne wohin ich schieße Und dann würde ich sagen Auf nächste Stage Stage 4 nicht schlecht Curse of the unknown Okay wir wissen nicht wieviel Leben wir haben Das ist natürlich Uncool wir hatten glaube ich gerade Alter dieses Geld Wir hatten glaube ich gerade 6 gell Also versuchen nicht nur sehen zu verlieren das ist das hauptprinzip auf diesem In diesem Level Ich hasse Curse of the unknown Also ich habe es noch nie wirklich fast noch nie gespielt aber ich habe es gesehen bei anderen Und da war das nicht lustig So Immer noch nicht alles Alter wenn wir Herzen brauchen ne Wenn wir Herzen brauchen ich weiß wo ich hin muss What the fuck Die Herzen liegen Oh fuck Ich hätte gerne im Body oder irgendwas das protected oder sowas Bombe sehr schön okay Mit euch habe ich für die scheiße Das hat uns 1 dazugegeben ich sehe es gerade hat uns ein strich mehr dazu gegeben Als uns gerade verdient haben und habe ich gesehen dass eine kiste mit zwei bomben das gefällt mir Okay alle vier herzen da sind es ist unklar Ja natürlich ich renne da erstmal rein Wurde ein herbst hier nicht in den stings reinrennen genau Letztens verstehen dankeschön Okay schluss aber genug